Ne, das bin nur ich. Ich habe heute Morgen das Duschen nicht mehr geschafft. Mein Name ist ein Punktleutner. Hallo, B-Punkte-Matz. Animalischer Mats nenne ich ihn nur noch. Herzlich willkommen zu Bad Games Tycoon 2. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, ich war gerade schon irritiert, ob wir doch wieder im ersten Ja, nee, ich habe auf mein Getränk geguckt und dachte so, was will er denn? Ach ja, was will er, was will er denn? Wir haben in der letzten Folge Meeres-Siebelwesen 7 rausgehauen und werden dies natürlich jetzt direkt auf der Main Mad Games Convention auch nochmal präsentieren, würde ich sagen. Das bietet sich natürlich an. Das finden nochmal 2.500 Leute waren da und davon haben jetzt 382 Fans gekriegt. Ist doch gut. Ist doch gut. Weil wir denen ganz tolles Merch gegeben haben. In der Tat. Meeres-Siebelwesen ist jetzt immer noch auf der 1 in der zweiten Woche. Ne, in der dritten Woche mittlerweile schon. Verkauft die. Okay, wir sind expandiert hier nach Süden rausgegangen und wir können eigentlich mal direkt uns überlegen. Game Assets komprimieren. Ja, machen wir mal. Ja, was wir jetzt noch machen. Oh, mir sitzt was schief. Oh, guck mal. Pardon, so jetzt ist raus. Wir gehen auf jeden Fall schon mal ins Plus und wir müssen auch direkt mal nachproduzieren. War zu erwarten, aber ja. War zu erwarten ist richtig. Ähm, wie sieht's denn aus? Ja, komm, wir machen nochmal. Ich glaube, wir können hier locker das Doppelte verkaufen, deswegen machen wir es mal so. Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon mal cool. Wir sind nach Süden expandiert, haben uns jetzt dieses kleine Gebäude gekauft und werden hier oben, ich meine, nee, wir hauen das jetzt direkt weg. Komm, es hat keinen Wert. Wir reißen den Raum ab. Wir verkaufen die Heizung und wir verkaufen den Medizinschrank. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir einfach diesen Raum jetzt hier mal größer. Also theoretisch würde ich, achso, nee, können wir nicht, aber auch nicht. So, warte doch, ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin in dieser Folge. Sehr gut. So vielleicht, nee, das sieht scheiße aus. Oder? Wenn wir da, wenn wir da drei machen. Ich fand's jetzt nicht so schlimm. Fand's das nicht so schlimm? Ich find's gut so, so kann man's doch machen. Also, also so wie wir es jetzt haben, meinst du? Ja, dann kannst du oben das so lassen, packst einfach noch ein paar Schreibtische rein. Ist ein bisschen verschenkter Platz, aber hey. So, weil dann haben wir hier oben nämlich richtig Platz für unseren Game-Testing-Bereich. Ähm, die ja... Schön, dass bei dem echten Nintendo draufsteht, ne? Oh, das ist ja super. Das sehe ich jetzt erst. Oh! Love it. Ja. Warte mal. Das ist jetzt die... Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Krass, dass du es gesehen hast. Ich hätte gedacht, da ist ein schöner Brotkasten. So, eins, zwei... Das ist sogar die europäische Version, muss man mal sagen, ne? Das stimmt auch. War die in Amerika? Die sah anders aus, ne? Nee, die japanische Version sah, glaub ich, anders aus. Die japanische. Die in Amerika sah, glaub ich, auch so aus, wenn mich nicht grad alles täuscht. Naja. Ich meine, das Super Nintendo sah dann anders aus. Das Super Nintendo sah sehr anders aus, aber... Da muss ich sagen, finde ich die europäische Version auch hübscher, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ich mag das rundisch auf jeden Fall mehr. Was ein bisschen schade ist, es gibt nämlich gerade, ähm, also in der Modding-Szene gibt's gerade, ähm, äh, ein Crystal Clear Case vom Super Nintendo. Ja. Ähm, was mega geil ist. Das würde ich mir sofort holen. Allerdings ist das, äh, halt auch das amerikanische Design. Und, äh, da sitzt du natürlich da mit deinem, mit deinem deutschen Ding. Aber ich bin gerade eh mehr auf dem, auf dem N64-Trip, deswegen freue ich mich da sehr drauf, wenn wir hier irgendwann mal in die N64-Ära reinkommen. Sehr gut. So. Das passt also schon mal. So, jetzt, ähm, können wir können, wir haben lange nicht mehr nach Personal geguckt, ne, in der letzten Folge. Ja, bitte, wir brauchen. Wie doch, wir haben mich eingestellt. Bastelbummert. Bastel, wir haben uns zumindest umbenannt. Ähm, und was jetzt übrigens auch neu ist, es gab, äh, ja, so ein, zwei Updates und für alle, die sich jetzt fragen, hä, wie sieht mein Spiel eigentlich so ein bisschen anders aus, das kann daran liegen, dass wir hier noch eine Mod laufen haben. Weil ich sehe auch gerade, dass unser Forschmannsoft-Logo gar nicht mehr drin ist, das muss ich nochmal wieder reinholen. Naja. Ja. Pechvogel. Guck mal, es gibt nämlich neue, neue Perks. Pechvogel, diese Mitarbeiter haben niemals kritische Arbeitsergebnisse. Das ist ja natürlich nicht so gut. Ich muss aber mal ganz kurz recherchieren, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen Bürokraft für den Marketingbereich. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das machen wir nämlich sofort eins. Haben wir denn noch? Kriegen wir es hin, eine Frauenquote einzuführen? Äh, ja. Wir haben 100% im Marketing. 100% im Marketing gerade. Ja, ja. Ich meine jetzt insgesamt, auch Entwickler. Ja, insgesamt können wir das machen. Da können wir gerne, können wir gerne drauf achten. Wir können gerade übrigens keine Marketingkampagne für das Spiel starten, aber eigentlich geht hier zum Beispiel Spezialmarketing, was ganz interessant ist. Ähm, man kann nämlich jetzt alles während der Entwicklung, eine Demo veröffentlichen, eine Presseversion machen und Überhype erzeugen. Da kriegst du statt 100% Hype kannst du auf 200% gehen. Wow. Und wenn du dann so einen Megahit hast, dann verballerst du aber Spiele, das glaubst du, klopfst du, die kannst du direkt aus dem Lager wegschmeißen, weil die so sofort gekauft werden. Das ist unfassbar. Und ein Demo, das ist ja toll. Und wir können jetzt sagen, nach dem Release des Spiels, ey, wir hauen nochmal eine Demo raus. Ähm, kann nochmal, aber ich meine, der Hype ist jetzt gerade bei 99. Das ist eigentlich Quatsch, jetzt eine Demo noch rauszuhauen. Deswegen würde ich da nochmal ein bisschen warten vielleicht. Genau, das ist nicht so wichtig, aber finde ich gut. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es über 100 geht. Komm, wir probieren es mal aus. Ja, probieren wir aus. Ich gebe es mal, ich gebe es mal weiter. Ähm, wir können, achso, jetzt ist ja auch wieder die Geschichte. Wir wollen natürlich jetzt möglichst schnell einen Spielbericht erstellen. Ja, ich vergesse den Spielbericht auch immer, die ganze Zeit. Ja, 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 da muss man, da muss man aufpassen. In der Zwischenzeit kann hier ein bisschen Kohle reingeholt werden und da. Und dann wollen wir ja auch einen Spin-Off entwickeln, nicht wahr? Weil mehrere Siebelwesen als IP ist jetzt schon bei 0,3. Ich weiß, da haben wir es theoretisch ja schon ausgereizt. Das ist ja die Frage, ob man sich noch mehr aufbauen müsste, um dann einen Spin-Off zu machen, weil man braucht einen Spin-Off von einer Marke, die er nicht kennt. Das ist so ein bisschen. Ja, das ist wahr. Ich würde übrigens auch mal direkt nochmal ein Update entwickeln. Mhm. Ein kostenloses. Ja, jetzt muss es ein bisschen runtergehen, hast recht. Machen wir ein volles Programm. Ähm, und wir können dann auch für ein, ähm, ein, äh, Add-on, da können wir noch den, den zusätzlichen Kram, den wir noch entwickelt haben, auch noch dazu hauen. Das, äh, also, was ist noch? Wir haben ja Sprachausgabe zum Beispiel. Wir könnten jetzt per ein Update, per kostenpflichtiges Update uns auch noch überlegen, ob wir dann, oh ja, tatsächlich, plus drei. Aber es ist maximal 100 Prozent. Wir konnten viele unentschlossene Spieler mit der Demo überzeugen, äh, überzeugende Hype seines Spiels steigt. Plus drei. Naja. Ähm, oh, hier neue Spielelegende hat sich beworben. Ja, 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 wer denn? Sound Artist. Rob. Noch einer. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, was sie, ja, aber komm, einstellen. Naja, das ist, ja, ja, aber wir sind hier voll, das heißt, jetzt müssen wir jemanden entlassen, ne? Und da trifft's dann leider Vincenzo. Vincenzo, ne? Oder trifft, ne, aber Vincenzo hat eine super Motivation. Vielleicht trifft's doch eher Bonifatius. Ja. Da bist du emotionslos. Oder wir nehmen ihn und packen ihn in unser Lehrzimmer und nehmen wieder rein, wenn wir... Auch nicht schlecht, Basti. Wir können ihn auch einfach hier mit reinpacken, weil dann wird der Sound halt besser. Ja. Und, ja, also... Also, ich mein, dann ist der, dann baut er halt den Sound erstmal mit auf. Kann man ja auch erstmal. Oder wir holen Bonifatius hier raus. Warte mal, wir sind hier sonst so aufgestellt. Wahrscheinlich sonst nix, ne? Ne, es sind halt Soundartisten. Ne, das ist eigentlich kacke. Ich würde Bonifatius raushauen. Guck mal, der verdient relativ viel Geld im Vergleich zu Vincenzo, kriegt 500 Ok mehr und hat die Hälfte der Motivation. Aha. Entschuldigung. Ja, klar. Achso, warte. Wo soll ich sitzen? Entlassen, so. Wir könnten auch sagen, wir bauen hier das Studio nochmal größer auf, aber für einen Moment. So, ich wollte aber eben nochmal gucken. Hier brauchen wir Spieletester. Am effektivsten sind die zumindest. Marketing und Support Game Testing. Guck mal, da können wir nochmal zwei dazuholen. So, dann sind wir hier nämlich ein kleines bisschen besser. Hier, so, guck mal, das verkauft sich jetzt auch nochmal besser. Sehr gut. Aber so ein richtiger Mega-Überhit ist es auch noch nicht, ne? Das kann ja noch kommen. Wir haben damit schon zwei Millionen eingenommen. Ja, das ist wahr. Also, wir haben noch kein Add-on oder irgendwas. Einen Update haben wir gemacht, ne? Das stimmt, aber wir können uns mal überlegen, ob wir einfach mal in eine neue Richtung gehen und uns quasi noch eine zusätzliche IP aufbauen. Ja, sollten wir. Also, weil wir haben ja noch den Fast Fish Racer. Vielleicht sollten wir da nochmal reingehen. Ja, weil der war gar nicht so schlecht und den nicht sehr exklusiv machen. Vielleicht sagen wir, ey, nee, wir öffnen das jetzt für alle. Das ist immer ein guter Punkt, um zu sagen, ey, wir haben es ein bisschen verkackt, aber hier könnt ihr jetzt alle. Naja, das war einfach, also wir müssten, ich weiß, es war jetzt auch kein Mega-Flop, muss man jetzt auch mal sagen. Aber es war jetzt nicht der Hammer, den ich gerne gehabt hätte, ehrlich gesagt. Klar, aber ich dachte nur gerade, so eine zweite IP ist eigentlich voll schlau. Mhm. Deswegen wäre ich... Wäre das dann unsere Erotik-IP? Ja, nee, Fast Fish, also da sag ich dir, wie es ist, da möchte ich eigentlich Erotik so weit weghalten, wie es so geht. So, warte mal, was ich jetzt nämlich machen möchte. Wir verkaufen jetzt mal hier diesen Raum. So, jetzt frage ich mich gerade, wandert jetzt die Paketchen, wandern die jetzt rüber? Gegenstand verkaufen. Oh, man weiß es nicht, ne? Wo sind jetzt die, doch, sie sind rübergewandert. Okay, alles klar. Da sind sie, ja, wunderbar. Weil wir können, ich meine, eigentlich müssen wir jetzt gerade noch nicht vergrößern, ähm, aber wir könnten eventuell, ja, wir können, wir können es uns auf jeden Fall nochmal überlegen, ähm, ob wir hier die Forschung größer machen. Mhm. Ja, doch. Ich würde jetzt aber gerade mal gucken, okay, wir haben noch ein Game-Pier-Future. Oder halt auch eine zweite Forschung aufmachen, dass wir Sachen parallel machen können. Ja, ich weiß nicht, ob da so viele Sachen rum reinkommen. Also, ich glaube, wir sind schon sehr gut aufgestellt, was das angeht. Ähm, mhm. Dass vielleicht, ha, mal gucken. Also, wir haben den Raum ja, ich, äh, wir wollten nur gerade die Lager mal zusammenführen. Man kann hier auch ein Klo hinmachen oder so. Ja, das würde auch gehen, genau. Dann müssen die nicht immer, komm, wir, ja, 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 ja. Dann müssen die nicht immer rausgehen. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir mal ein ordentliches Klo hier hin. Ähm, so. So, riesengroß. Mehr Klos als Mitarbeiter, ey. Naja, so. Weil dann, so, ich würde hier auch noch einen Aufenthaltsraum mit reinmachen, aber das geht nicht. Ach, Kacke. Also, im wahrsten Sinne. Ja. Ja, das ist, das ist, sag ich mal, jetzt nicht so richtig optimal, aber dann ist das halt ein sehr spezielles, schönes, schönes Klo. Wo man auch mal ein Wasser trinken kann. Mhm. Oder auch mal einen Kaffee, wenn man weiß, wo. Oh Gott, das ist, also ja, ist gut, kann man machen. Ja, bitte, bitte. Ingestanden, die Mitarbeiter das aufnehmen. Naja, ich hoffe, mit einem Schüpfchen mein Kaffee aus der Toilette. Naja, es ist, man muss, also, da haben die Chefs die besten Bohnen versteckt. Oh Gott. Finde ich lustig. Kann ich drüber schmunzeln, aber ich finde es auch furchtbar. Ja, beides, ne? So, guck mal, dafür mache ich jetzt noch hier meistens nochmal schön. Hier ein Pflänzchen. Da ein Pflänzchen. Da ein Pflänzchen. So macht das Urinieren oder auch, was ist eigentlich, also, Urinieren ist ja so ein bisschen so das Angeberische für Pinkeln. Gibt es das auch für Nummer zwei? Kack, 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 also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß schon. Ist gar nicht so, was würdest du da sagen, wenn du, sagen wir mal, du bist bei einem hochklassigen Pokerspiel. Bei James Bond zum Beispiel. Ja. So, und dann müsstest du mal halt dringend nochmal, würdest du dann, also, würdest du... Ich würde sagen, ich habe noch ein wichtiges Geschäft zu erledigen, so. Oder, also man sagt ja so, die Kinder sagen, ich muss groß. Ja, aber, also, ob es da irgendwas in der Richtung geht. Ich weiß nicht. Oh Gott, unser Flur ist ja gerade noch furchtbar eingerichtet, ey, das geht ja gar nicht, warum sagst du das? Kann man da nicht mal einen Teppich hinlegen? Äh, ich glaube, auf dem Flur kann man kein Teppich hinlegen, aber wir machen erstmal einen kleinen Roboter. Ein paar Sitzbänke, immer gut. Als Gag wäre geil, wenn der Roboter irgendwann im Jahr 2025 anfängt, die Leute umzubringen oder so, oder irgendwie eine künstliche Intelligenz bekommt oder so. Ja, wenn du das falsch entwickelst, das finde ich eigentlich sehr schön. So, dann machen wir lieber mal gleich zwei Medizinschränke dahin. So, da soll sich keiner eine Unterkühlung besorgen. So, und du überlegst jetzt mal, was wir als nächstes machen, Basti, weil, ähm, ich sehe, ich sehe die Gefahr, dass wir auf einer IP... Wir sollten ein Erotikspiel machen und das sollten wir machen, aber wir sollten vielleicht erstmal einen zweiten Teil von Fast Fish Racer machen. Okay, dann machen wir das. Das heißt, wir updaten erstmal unsere, ähm, Dingsda-Engine, die Renner-Engine. Ja. Mit fortgeschrittenlichen 8-Bit-Sound und ein bisschen Physik ist immer. Ja, Physik, uuuh. Komm, da machen wir aber auch mal, weil das ist ja schon für Technologiestufe 2.0. So, wir bleiben mal da. Ja. So, dann machen wir erstmal das in der Zwischenzeit. Checken wir mal. Was sagt denn der Arbeitermarkt? Da haben wir nochmal zwei Spieletester. Mhm. So, dann sind wir nämlich da. Sind wir ein bisschen fixer aufgestellt. Das ist schön. Okay, also Fast Fish Racer 2. Was sagt denn eigentlich der Devkit-Markt? Haben wir da was Neues? Hallo Herr, der Devkit-Markt. Was haben wir denn anzubieten? Personalkomputer. Katari-SSTT. Aha, aha, aha. Ja. Macintosh. Oh, da, das Siegermaster-Deck. Das ist doch interessant. Das können wir uns mal zu Gemüse für mich, wa? Das Siegermaster-System. Ja, mach mal. Wann ist denn das auf den Markt gekommen? Das, ähm, bis später. Steht das hier nicht? Das, wo ist es denn? 1985, nee, ist relativ frisch. Das sollten wir gleich mit einem Fast-Fisch-Racer begatten, hätte ich fast gesagt, äh, ausstatten. So, Erotik geht noch nicht. Macht nix. So, Engine. Code Kings. Das Master-System kam 85 raus. Das ist ja das Sega Mark III, ne? Das SG-2 hatten wir uns angeguckt. Das SG-2, ja, ja. Bei Superkreuzburg. Mhm. Und das Master-System kam dann später. Bei uns erst all 87, hab ich grad gesehen. Na. Ja, da hab ich nix von mir gekriegt. Aber da war Alex, 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 Alex Kitt drauf. Direkt ohne. Ach doch, stimmt. Das SG, war das nicht SG-2000? Das SG-2000 war das das dann? Das SG-2000 war der Vorläufer. Aber gab's da nicht auch Alex, äh, die Kitt-Dings-Da-Boomster? Was wollte ich denn überhaupt grad machen? Ich wollte... Nee, glaub ich nicht. Trainingsraum ausstatten. Ach, ich bin aber auch doof heute. Aber was hatten wir uns denn angeguckt? Was hat ich denn mal mitgebracht? Das Sega Master-System, ja klar. Das Master-System. Ja, ja, stimmt. Ich hab überhaupt ja gar nichts anderes. Warme Erinnerungen hab ich daran immer noch. Das siehst du sehr gut. Ja. An das Master-System oder an das Video? Beides. Ah, okay. Das war, war, war schön. Weil du hattest dir so eine Flohmarkt-Geschichte erzählt, ne? Und dann... Ich hatte es auf dem Flohmarkt ja gekauft, das Ding. Deswegen, mein ich ja. Das war ja das Krasse dabei. Aber müsst ihr hören, auf dem über Kurzburg findet ihr das Video. Einfach für ein Zwanni, ne? Denkst du dir nix? Ey, das ist tatsächlich eine Sache, die ich grad so bei Corona echt vermisse. Ja, also ich vermisse viele Sachen bei Corona. Aber so dieses Flohmarkt-Gestöber oder bei so alten Läden, mal rein, mal gucken und so, das fehlt mir grad echt sehr. Ich laufe manchmal so an Läden vorbei, die haben halt natürlich zu. Und dann gucke ich so ein Schaufenster und dann sehe ich da so abgegrabbelte Playstation-2-Spiele oder Wii-Spiele oder irgendwie so ein super alter, verglübter Gameboy, wo dran steht 50 Euro und ich denk mir, du, 50 Euro hast da wohl einen Schaden. Solche Sachen. So. Jetzt können wir nämlich hier, jetzt können wir mal richtig trainieren, weil wenn wir... Doch, wir entwickeln jetzt ja. Wir machen ja jetzt erstmal einen Nachfolger. Ja. Fassi. 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 Wir können auch einen Remaster machen nochmal vom ersten Teil. Nee, ich... Ja, hast ja recht, hast ja recht. Komm, Fast Fisch Racer, Fast Fisch Racer 2. Oder For All. For All? Für Aal. Ja, genau. Für Aal. To for All. To for Aal. Finde ich gut. Das machen ja die Orsons sehr gerne, einfach so englische Sätze einfach so richtig plump ins Deutsche zu übersetzen. That's a downer, that's a döner. So. Ich hab schon mal erzählt, dass ich mit einem von den Orsons in Urlaub war. Äh, ach so, stimmt. Nee, er war halt mit Hand in Hand. Stimmt, du warst mit Hand in Hand? Nee, er war im gleichen Hotel. Gleich im Hotel, ja, gleich im Hotel. Das war sehr lustig. Witzig, witzig. Guter, schöner Zufall. Kenn ich doch. Den kennen wir doch. So, warte mal, jetzt müssen wir aber noch mal hinterherkommen hier. Spielberichte, wir gucken mal, weil da ist noch ein bisschen was rauszuholen. Da ist noch was. Also Rennsport und Autos haben wir getroffen. Ja. 10, 40, 30, warte mal, da gucken wir erstmal nach dem. Spielbericht, ne? 10, 40, 30. 10, 40, 30 und dann hier, so. Ja, weil es sind ja mittlerweile, sind es ja echt schon viele, viele Parameter, die man so einstellen kann. Weil das Untergenre Geschicklichkeit ist nicht so gut. Das ist eher Action. Ist es eher so, jetzt musst du dich entscheiden. Ist Fast-Fish Racer eher Simulation oder ist es eher Action? Action. Ist schon eher Action, aber so ein Fisch, so ein Aal steuert sich halt nicht so realistisch. Ja. Ist okay, trotzdem. So, Autos und Rennsport ist schon gut. Überraschenderweise, das passt. Okay. Sehr gut. So, Engine haben wir. Ähm, wir machen aber kein Exklusivspiel mehr, sondern wir machen jetzt ein Multiplattform-Spiel. Ja. Und das kommt jetzt auch für DISS und machen wir auch PC, ne? PC auf jeden Fall auch. Gibt es eigentlich, warte mal, haben wir noch irgendwas Neues? Haben wir jetzt nicht mehr, irgendwas noch interessant wäre. Ja, das ist jetzt noch ein Bisschen. Das kommt jetzt bald. Die ganzen neuen Sachen kommen bald. Ja, das stimmt schon. So, na gut, dann machen wir nochmal das bei zwei, weil dann haben wir 122. Ja, krass, ne? So eine hohe Beliebtheit, Wahnsinn, ne? Sehr gut. Krass, krass, krass. So, alle Sprachen. So, wir können mal einen neuen Kopierschutz uns kaufen. ATC Protect. Voll. Kennst du noch No Copy World? No Copy, oh Gott. Was war denn No Copy? Ist das eine Software, mit dem man sowas aushebeln konnte? Das war eine Internetseite, wo man No CD Cracks Dinger herkommt. Ah, nee, ich glaube, das habe ich mich nie getraut, aber mir ist bewusst, dass es das gab. No Copyright, ja, ja. Ich kenne das auch nur von Hermann. Oh, was? Jetzt kommt wieder, oh Gott, 10 Fanbriefe, seid ihr bescheuert. So, alle begeistert. So, eine höhere Spiellänge. Höhere Spiellänge, einsteigerfreundlicher. Das merke ich mir und du merkst dir, zu sehr viel Core-Gamer und mehr Innovation. Höhere Spiellänge, einsteigerfreundlicher. Du merkst dir, zu sehr viel Core und mehr Innovation. Okay? Ja, genau. Also, ich höre Spiellänge und einsteigerfreundlicher. Höhere Spiellänge und eine höhere Zugänglichkeit. So, jetzt kommst du. Genau. Und dann haben wir gesagt, zu sehr für Core-Gamer. Zu sehr für Core-Gamer, also mehr für Casual-Gamer. Ja. Das habe ich vergessen. Den Rest. Das war noch eine Sache. Das weiß ja sogar ich. Mehr Innovation war das. Ja, so rum war es. Den Rest habe ich vergessen. Jetzt habe ich es verlesen. Mehr Innovation, doch, ich wusste es noch. So. Besser im Fledger-Design. Okay, du merkst dir jetzt das obere. Höhere Spiellänge. Spiellänge. Und einsteigerfreundlicher. Ich merke mir, zu sehr für Core. Nee, deshalb bitte. Nee, du musst dir nur noch eins merken. Du musst dir nur noch besseres Level-Design merken. Und ich zu viel Gewalt. Ach so, besseres Level-Design. Äh, so. Besseres Level-Design. Level-Design. Und zu viel Gewalt war es, ne? Nein. Hör doch auf. Es war zu viel Gewalt, stand da gerade. Genau. So, jugendfrei. So, jetzt haben wir Minus 8. Also, Spiellänge haben wir hochgezogen. Und so, dann können wir Spieltiefe machen wir 2 runter. Story 2 runter. Charakter-Design 2 runter. Missions-Design 2 runter, würde ich sagen. Okay. Das sieht doch gut aus. Ich würde es mal so ausprobieren. Ja. So, alle geeigneten Features rin. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann geht er ab, der Hype-Train. Wir haben jetzt gar keinen Namen vergeben, keinen neuen, ne? Doch, 2, 4, 4, was ist denn los, Basiel? Ich muss mal kurz meinen Kopf suchen, kurz, warte. Ja, ja. Ein bisschen Sorgen mache ich mir. So, guck mal. Jetzt haben wir nämlich auch Sprachausgabe tatsächlich. Ach, guck mal. Schön mit so einem. Gameplay verbessern. So, jetzt geht's ab. So, 7 Millionen. Was ist hier los? Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Da können wir vielleicht mit dem Preis mal ein bisschen runtergehen. No, würde ich noch nicht machen. Ich würde vielleicht sagen, wir machen noch mal ein Update. Ja, ja, ist stimmt. Wir können das zweite, zweite, ähm, Dingstar-Studio gleich einweihen. Wir machen mal schon TV-Spot. So, und das machen wir so lange, bis wir auf Maximum sind. Nämlich 100. Bams. Und in der Zwischenzeit mache ich mal kurz das zweite Entwicklerstudio noch mal fertig. Da kannst du ja mal einen Schwung aus deiner Jugend erzählen, Basti. Du, du, damals mit Crimin... Nee, erzähl mir doch mal gerade von Einbart, Keinbart. Wie läuft's denn da so? Da habt ihr ja gerade auch released, ne? Wieder was. Ja, wir haben ein Musikvideo released, ja, richtig, und ein Song, Hold Up heißt der, so ein sommerlicher, wir wollen wieder rausgehen und tanzen. Da flüge ich mich gleich so aus. Deswegen ist es so ein bisschen Hold Up-mäßig, ne? Halt mal ein bisschen durch und... Ah, ja, so richtig klingt mit Meaning. Ja, genau so ein bisschen. Kann man sich überall anhören, wo es Musik zu streamen gibt. YouTube, Spotify. Ich fand ja, was ihr vorher gemacht... Einbart, Keinbart. Einbart, Keinbart. Was ihr vorher gemacht habt, äh, ich musste da sehr lachen, als ich den Titel gesehen habe, äh, The Plank oder sowas war das? Ja, The Plank, genau. Den fand ich sehr gut, weil der ging ja in eine relativ darke Ecke. Also vom... Ja, ja, das ist ein... Oder? Da waren wir ein bisschen sauer und dachten, jetzt machen wir mal richtiges Technobrett. Fand ich voll gut, hat mir voll gut gefallen. Und ich dachte, ich dachte auch, ich tatsächlich, als ich das gelesen habe, The Plank, dachte ich, das habt ihr doch garantiert gemacht, weil ihr ein Brett machen wolltet. Und dann habt ihr es einfach auf ein Brett genannt. Das fand ich sehr gut. Also ich finde auch den neuen Song gut, aber ich mag, ich bin so eher der, das kann ruhig mal ein bisschen... Ja, der neue Song ist sehr, sehr happy, ne? Da muss man auch in Stimmung für sein. Aber in The Plank bin ich grundsätzlich nicht, deswegen... Nee, nee, ich kenne ja deine darke Stimmung immer. Nickelback ist ja auch so düster. Stimmt, gutes Beispiel. Wenn ich gar nicht drauf gekommen bin, hast du recht, die sind ja auch bekannt für ihren Black-Betal-Bereichen. Wow. Nee, aber ich mag halt so dieses... Ja, was ist denn das dann? Minimal ist das ja nicht da eigentlich. Nee, das ist so für Hard-Dark-Techno-Industrie, Industrial-Techno, vielleicht auch so, ja. Berlin-Techno kann man sagen. Das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Schön, das freut mich. Deswegen... Ich bin ja auch gerade noch an einem Musikvideo, das wird auch noch spaßig. Ah, okay. Aber ja, kann ich noch nichts zu sagen weiter. Verstehe, kleine Insider-Informationen. Ja, ja. Voll spannend, voll spannend. So, guck mal. Guck mal, und schwupp sind die Wicker da. Wunderbar. Und schwupp sind sie da. Und die können jetzt direkt mal updaten. Wollen wir da... Nee, kostenpflichtig, da brauchen wir die anderen für. Dann machen die jetzt erst nochmal, würde ich sagen, erst nochmal ein kostenloses Update. Update. Genau. Und dann geben wir nämlich nochmal ein Paid-Update hinterher und da hauen wir jetzt dann Sprachausgabe so rein, dass dann die Leute, die das Ding dann anmachen nach dem Update, denken, ja, leckt mir doch einer den Aal. Ja. Was ist denn da los? Das ist aber dann beim Fisch. Ja. Sehr, sehr verwirrende Entwickler-Interviews, die wir da geben. Nee, das ist das mit dem Aal. Mit dem Fisch. Ach so. Ja, nee. Ja, da haben wir uns nichts bei gedacht. So, kein Produktionsauftrag. Wir haben, also ich glaube, wir sind exakt da, wo wir ganz am Anfang der letzten Folge waren, was sie, also finanziell gesehen, ich meine, wir sind auch expandiert, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Guck mal, wir haben auch ordentlich aufgebaut. Wir haben viel ausgegeben und haben trotzdem nicht so viel Verlust gemacht. Eigentlich gar nicht, aber in so einem großen Sprung ist es auch noch nicht gewesen. Marketing und Support, nee, ist keiner da. Die sind alle so richtig gar nicht gut. Die müsste man mal vielleicht in den Unterrichtsraum setzen. Ja, aber man muss halt immer gucken, dass das auch deren Spezialgebiete sind, weil sonst können die maximal eine 50er werden. Und unser Ziel ist natürlich hier, die Besten der Besten irgendwann zu versammeln. Deswegen wäre ich da vorsichtig, einfach irgendwelche Leute irgendwo hinzusetzen. You know it? Ja, nee, verstehe ich. Das sollten wir vermeiden. Aber ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Team hier versammelt. Ich finde auch das hier oben, finde ich jetzt mittlerweile ganz gut, dass wir echt da noch ein bisschen auch Potenzial haben, weil die sind ja eigentlich immer für zwei Sachen zuständig. Einmal für so die Gameplay-Elemente zu verbessern und dann halt auch Bug-Fixing. Und je schneller das geht, desto besser. Und wir sehen aber auch schon hier oben so, die sind jetzt echt fix im Verhältnis. Aber die sind sogar noch einen weiter schon hier als Sound. Also Sound ist so, da müssen wir echt ein bisschen was rechnen. Aber guck mal, die Zufriedenheit steigt. Das ist schon mal schön. Oh ja, das stimmt. Aber sie kriegen, warum? Oh nein, Fial. Ein paar Bugs, na, das macht nichts. Die kriegen wir alle raus. So. Oh ja, ich würde gerne. Komm, wir machen jetzt mal folgendes, Basti. Ja. Kostenlose Updates machen wir jetzt mal automatisch wiederholen. Wir machen mal richtig Fanservice. Wir buttern da jetzt noch mal richtig rein. dass wir das noch ein bisschen auffangen, weil wir möchten ja auch hier die IP stärken, weil 0,3 und immer noch Platz 3 übrigens. Das ist ja auch krass. Das fällt mir gerade ein. Das ist schon sehr gut. Wenn wir dann ein Addon rausbringen und das sollten wir machen. Oha, warte, warte. Jawohl. 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 Aber Entwickler des Jahres sollte auch bei den Entwicklern stehen, ne? Das ist schon sonst assig. Weil das ist nur deren Leistung. Alle anderen haben nichts dabei beigetragen. Nichts, gar nichts. So, packen wir die hier rein. Aber Spiel des Jahres kommt auf den Flur. Kommt auf den Flur, genau. Da schmeißen sie dann ihre Kaugummi-Papier rein. Guck mal, wir haben auch noch beste Grafik. Und auch noch Trendsetter. Alles auf den Flur. Besser Soundtrack stellen wir ins Soundbüro. Einfach nur, weil es so ergibt Sinn, nicht wahr? Toll. Toll, toll, toll. Vielleicht machen wir es so, auf lange Sicht, dass wir hier oben quasi so ein gesamtes Soundding draus machen. Der Kundensport könnte raus, ne? Das stimmt. Den könnten wir über anders halten. Läuft der? Der läuft eigentlich auch noch alle gut. Wir haben lange nicht mehr in die Charts geguckt, aber wir haben auch erst ein Jahr geschafft. Ey, wir schaffen gerade nichts in den, äh... Ja, ja. Ach, guck mal, die Top 4. Ja. Alles, Meeresivisen. Ey, das ist... Meeresivisen ist so ein bisschen Super Mario, ne? Ne, das ist so ein bisschen wie, wenn man die Filme mit dem höchsten Einspielergebnis googelt. Ach so. Und dann sieht man, okay, Avengers, 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 Avengers. Okay, zwischendurch. Ich wollte es gerade positiv verpacken, aber du hast recht, das ist eher langweilig. Aber guck mal, wir, dadurch, dass wir jetzt auch nochmal Spiel des Jahres geworden sind und noch Updates raus waren, das war eine ziemlich, das war nochmal eine gute Kombination und die IP ist auch von 0,3 auf 0,8 gestiegen. Also wir bauen uns da jetzt was auf. Sehr, sehr schön. Da sollten wir, sollten wir rein. Da sollten wir noch rein. Aber erstmal geht der Aal gleich ab. Ja, der, der, der kann noch ein bisschen. Der braucht, braucht noch ein bisschen Entwicklung. Ich mag das Bild. So habe ich mir genau das vorgestellt, nur halt mit Fischen statt Autos. Aber gut. Ja. Mit so Schuppenautos, die so aufgehen, wenn man bremst, damit man so Luftwiderstand hat. Oh, Basti, das ist ja super. Das ist ja richtig Science-Field. Das ist ja richtig Konzept hinter. Ich dachte, wir machen hier Blödsinn, aber das ist ja sensationell. So Schuppen und so. Oh, die sind so angelehnt. Das sind keine richtigen Fische. Ich dachte halt, man steuert da Fische. Also so, weißt du, so unter Wasser rennen. Aber es sind natürlich Autos, die halt alle so inspiriert sind von, von, äh, von, von Wasserviechern. Genau. Das ist ja, das ist ja, also, pff. Von der Karausche, vom Seebarsch. Der Seebarsch, ja. Das ist sehr schnell, aber dafür wuchtig. Wenn er hat eine, hat eine krasse, krasse Endgeschwindigkeit. Aber von der Beschleunigung nicht so geil, ne? Ist doch so, oder nicht? Oh, warte, 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 warte. Der hat irgendeine gute Glocke. Oder guckst du gerade nach dem Seebarsch? Der hat irgendein Negativ-Ding. Ja, ja, ist langsam. Von der Beschleunigung ist er nicht so gut. Ja, okay. Das ist so ein Seebarsch. Aber wenn so ein Seebarsch erstmal in eine Pötte kommt, dann, äh, Gnade dir aber Gott, wenn der hinter dir her ist. Der Seebarsch. So, hier, äh, Engine-Feature. 16-Bits. 16-Bits, endlich. Jetzt können wir CDs rein, rausbringen bald. Oh ja, stimmt. Ich meine, wir sind halt immer noch beim, beim NES. Da muss es bald mal, bald muss da mal was passieren. So, ich geb mal, ich geb mal hier ein bisschen Gummi. Guck auch noch mal gerade, ob wir noch hier unser zweites, haben wir noch einen Game-Designer. Nimm mal Edeltrud, nimm mal Edeltrud, Edeltrud. Edeltrud Weinhold, die hat sehr viele... Die ist aber Grafikerin. Achso. Warum lese ich eigentlich? Also, nichts gegen Edeltrud, aber, äh, ich wäre Programmierer und Game-Designer, hätte ich hier gerade. Ja, ja, hast du ja recht. Hast du ja recht. Okay. So, wir müssen möglichst schnell den Aal auf den, auf den Markt bringen, dass wir hier mal, ähm, noch mal mehr Receipt bewiesen, mit einem Pay- Äh, Add-on, wollte ich sagen. Oh ja, jetzt sieht es nämlich schlecht aus. Jetzt müssen wir auch mal gerade nachproduzieren, sehe ich gerade. Ja. Da haben wir aber keine Collectors Edition mehr, aber nochmal, ich würde nochmal 250 machen. Ja, hau raus. Die Nachfrage ist da. Naja, weil, weiß ich nicht, ob die Nachfrage... Aber, also, wir kriegen da auf jeden Fall noch ein bisschen was rausgedrückt aus dem, aus dem Lachs. Äh, das ist das falsche Spiel, Abo-Meeres. Nee, da sind, also, im Meeresliebewesen, da würde ja auch ein Lachs stattfinden, oder nicht? Mhm. Würde ich schon sagen. So, hier gehen jetzt so die... Wir können eigentlich veröffentlichen, sehe ich gerade. Sicher? Ja, wohl, ja doch, na klar. Ist alles, alles durch. Ja, klar. Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. So, weil wir ja hier auch was aufbauen wollen. Ja. Ja, wir wollen ja die Marke stärken. Das ist schon ein schöner Aufkleber. Schöner Aufkleber, den man nicht mehr abkriegt, wenn man ihn erstmal auf Papas Auto geklebt hat, oder Mamas. Genau. So, dafür gibt es da aber keine Karte, der... Nee, keine Aufkleber, so. Habe ich extra bei Einbad, Keinbad, habe ich extra Aufkleber gemacht, die sich ablösen lassen, weil es ist dann keine Straftat, wenn man die irgendwo aufklebt, wenn die einfach abzulösen sind. Ja, du Fuchs, ey. Ohne Rückstände natürlich. Ja, ja. Oh, guck mal. Oh, 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 89. Schön. So. Schöner Hit. Das ist ja aber auch ein schönes Bild von Crash, Bendy, gut, Racing, Kart Racing. Muss ich sagen, habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. So viel dazu. So. Ja, ich würde da auch, äh, erstmal, erstmal so, ach nee, ich glaube, das wird größer. Ich glaube, das wird größer. Ich glaube, das wird so ein... Wirklich? Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich kann es gerade nirgendwo ran festmachen, schon gar nicht an deiner Logik, aber ich glaube, das wird funktionieren. Weil jetzt machen wir nämlich noch folgendes. Pass auf. Ja. Ähm, jetzt machen wir noch Spezialmarketing. Shit, wir hätten es vorher machen sollen. Ich wollte den Überhype haben. Ah, okay. Ach nee, Moment, Moment, Moment. Äh, pass auf, geht noch. Nee, geht nicht mehr. Nee, du hast, wir haben es ja, wir haben es ja schon gesagt. Ach, Kacke. Ah, nicht aufgepasst. Müssen wir beim nächsten unbedingt machen. Dass wir den Überhype haben. Ähm, und dann ballern wir richtig rein. So, äh, warte, bevor, bevor wir, bevor wir irgendwas anders machen, ich weiß, die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber wir machen noch schnell ein, ein kostenpflichtiges Add-on für die Meerespiele Wesen. Du hast zwar versprochen, dass wir noch ein Erotik-Spiel machen, aber das geht nicht. Ja, habe ich, habe ich versprochen. Hier, das wird es hier. Es wird erstmal ein Add-on geben. Ein Erotik-Add-on. Ja. Und wir nennen es Red Lips. Ich würde sagen, wir nennen es Tentaglas. Ja, das ist deine Erotik, Tentaglas. Was? Ich habe doch nichts von Erotik gesagt. Das ist ja nur Quatsch. Nein, nein. So, guck mal. Das ist alles an, alle Sprachen. So, weil jetzt können wir nämlich hier noch die Sachen dazu ballern, die wir noch nicht hatten. Ja, doch. Minispiele New Game Plus, Sprachausgabe. Genau. Rein damit. So, und dann wollen wir nämlich aber auch noch, dass die hier schön alle gleich Polishing machen und wir können nämlich hier jetzt auch noch die Sprachausgabe mit dazu setzen und hier auch ein bisschen. Boah, da haben wir bestimmt einen ganz tollen Sprecher für eingekauft. Für die Tentaglas. Ja. So. Da gibt es auch nochmal eine Demo. Das geht richtig. Ist auch auf die 1 eingestiegen. Guck mal. Wunderbar. Aber mit sehr wenig verkauften Exemplaren. Das ist ja nicht so schön. Aber vielleicht geht er noch. Ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, da geht noch was. Warten wir es ab. Also, ja, ich hoffe auch ein bisschen, weil wir haben, ich sag mal so, ein paar sind im Lager, was die möglicherweise, äh, guck mal, geht sehr gut ab. Während eines spontanen Brainstormings deiner Mitarbeiter sind einige gute Ideen für ein neues Spiel entstanden. So. So. Also, ich will ja nicht sagen, dass wir über eine halbe Million noch haben und nur, ach, was wird das? Guck mal, was bei rumkommt. So, hier, Aufgabe abbrechen. Ich würde hier noch ein kleines bisschen fortsetzen, Entwicklung. Ja. Und ich würde hier gleich mal, das nehme ich alles auf meine Kappe, wenn das nach hinten losgeht, aber ich würde hier auch gleich Updates reinballern. Ich finde gut, dass du jetzt mal richtig Gas gibst, das mag ich. So, jetzt, dass wir Ende der zweiten Folge nochmal so ein bisschen was sehen von überhaupt. Ich meine, wir sind immer noch 87, zwei Jahre geschafft, in über einer Stunde Aufnahme. Kannst du da keinem erzählen. Ich meine, normalerweise schaffe ich in zwei Jahren gerade mal so zwei Jahre, aber im Videospielbereich. Ich meine, so viel Zeit hat hier nun keiner. Wenn wir in Echtzeit unterwegs sind, stellen wir vor, ey. Ey, das wäre krass. Zwischensequenzen. Dann könnten wir wirklich, dann sollten wir ein echtes Entwicklerstudio machen. Dann sollten wir die Community fragen, hey, was soll ich für ein Spiel entwickeln? In der Tat. Ich wäre so gerne, also ich könnte so gerne Videospiele entwickeln, ne? Ich hätte da so Bock drauf. Oh, fuck. Nimm dir alles auf meine Kappe. Scheiße. Ey, das hätte... Drück X, drück nicht grün, drück X. Nein. Ich verbiete diesem Event stattzufinden. Nicht akzeptiert. Oh nein, ey, das war gerade gut. Das war gerade gut. Oh nein. Ja. Da kannst du ein paar Auftragsprozesse machen. Jetzt ist die Frage, halten wir das Update jetzt zurück mit der Gefahr, dass das Spiel sich so schlecht verkauft, dass auch das Update nicht mehr gehen wird? Oder hauen wir das Update jetzt raus? Ne, ich würde es raushauen. Ja, komm. Warte mal, aber dann machen wir hier auch volles Programm. Dann buttern wir jetzt nochmal alle dreien. Wir gehen jetzt einfach gegen den Markt, wa? Ja, ist okay. Wir können es uns leisten. Wir können auch mal... Ach nee, quasi nicht. Ich dachte gerade, wir können es auch mal einen Publisher geben, um Publisher zu schmeicheln. Aber das ist ja nur Quatsch. Da hat ja nur keiner was von. So, wir müssen das kontern. Wir müssen das mit richtig geiler... Richtig geilem Inhalt kontern. Nämlich genau demselben Kram wie sonst auch. Warte mal, wollen wir es ein bisschen günstiger machen? Ja, ist nett dann, komm. Sowas? Ja, das ist doch nett. Ja, das passt. So, komm. Und dafür auch in zwei Wochen. Wir haben keine Zeit. So, ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass das okay läuft. Ja, ja, ja. Uh. Das ist einfach eine Erweiterung, toppi. Ja. So. Jetzt ist natürlich die Frage... Tentaklas ist natürlich schon... Mach nur Hundert. Das ist... Das ist für Kinder haben wir das übrigens entwickelt. Nein, nein, nein. Zu viel, zu viel. Was? 350.000 ist zu viel? Mach 250. Na gut, okay. Dann mache ich hier 15.000 und hier gibt es halt nur 10.000 von der Collectors. So. Also das ist natürlich nicht das Erotikspiel, was wir entwickeln wollten. Ich bitte dich. Also das ist ja Quatsch. Ja. Das ist ja völliger Quatsch. Ach du Scheiße. Ja, das ist alles so ein bisschen schade. Ja. Aber wir sind gerade die Top 3, ne? Die Top 3 sind alle Spiele von uns gerade. Uh, das ist ein T-Plan. Na wahr. Ja, ja. Aber das ist ja, ich meine... Gucken wir mal in die wöchentlichen Charts. Zweihander remastered. Das sind doch keine Zahlen. Ich bitte dich. Was sind denn das für Zahlen, ey? Guck dir das mal an. Meereswiewesen 3000. Über eine halbe Million Add-ons. Add-ons, Basti. Ja, ja. Holy shit. Wir sind noch nicht mal, noch nicht mal even close. Naja. Aber die Meereswiewesen, warte mal, doch eine Million haben wir. Wir haben noch eine Million verkauft. Wo ist das denn? Habe ich es gerade nicht gesehen, oder? Ich dachte gerade, so schlecht hat sich es jetzt auch nicht verkauft. Da ist es doch auf Platz 4. Na gut. Eine Million. Ja, knapp über eine Million. Das ist noch okay. Ich meine, der Aal ist auch schon jetzt über der halben Million im Plus. Also. Ach, das ist bitter einfach. So, auf jeden Fall ist die Folge jetzt vorbei. Einmal, weil die Zeit drüber ist. Und ist ja auch Krise. Da haben wir nicht so viel. Naja. Ja, vielleicht schaffen wir es ja mit Meereswiewesen, mit dem Add-on wieder ins Plus zu kommen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Das kann passieren, ja. Ich glaube, das schafft. Also, die Millionen, die kriegen wir noch hin. Aber das hätte jetzt halt richtig abgehen können. Also, gerade der Fast-Fisch-Racer 2, der hätte jetzt richtig reinhauen können. Richtig durchdrehen. Da, weißt du, und jetzt sitzen wir da. Mit 230.000 ist nicht so schön. Naja. Gut. Kannst du nichts machen? Danke, Mats. Trotzdem. Bis gleich. Auf bald. Tschüss. Bis gleich. Wow. Hi.